Und willkommen zu einem neuen Folge von Trackmania, Nation, Fläger. Ja, ja, kennen wir ja nun schon. Was denn? Was stehört dich da dran? Das ist immer dasselbe. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Moinsing? Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Hey, jetzt geht's wieder rund hier. Keine Ahnung. Jetzt geht's rund mit dem jungen Hund. Das war ich, das war ich, da war ich ein paar Pineview Drive. Was ist denn auch so? Ich bin auf dem Stuhl erst mal einen Meter höher schraubst. Außerdem hast du in deinen LPs auch immer dieselbe. Ja, na, mittlerweile sieht man das ja auch anders. So. Das ist jetzt deine Strecke, ne? War das doch, oder? Ja, die hab ich jetzt gejukt. Das war deine schlechteste? Äh, jein. Also, bis auf die, die Maxi da vorhin gejukt hatte. Die wir dann nicht mehr gesehen hatten. Also, die zweitschlechteste. Ja, genau. Die King of Kings war jetzt. Aber die konnte ich jetzt halt auch nicht mehr juken, weil Maxi die grad gejukt hat. Ja, ja, klar. Was für ne PB hast du hier? Äh, 1479. Also, geht eigentlich. Aber ich bin... Ich hab 1463. Trotzdem Platz 398. Ich bin 386 mit meiner 1463. Weißt du? Das ist so eng die Zeiten schon. Da müssen wir machen, dass wenn es, weiß ich nicht, 600 Plätze gibt oder so, dass man einfach mal neu starten, äh, äh, löscht die Liste. Hm. Doch, klar. Ey. Spielst du, oder was? Da fahren 600 Leute und dann muss die Liste gelöst werden. Pfff. Ne, aber, naja, kann man ja gucken, dass... Aber guck mal, wenn du jetzt hier mit, mit, weiß ich nicht, einer Sekunde dann gerade mal... Ja, du kannst vielleicht sagen, was weiß ich da... Oder mit, mit eben Zehntel dann 100 Plätze machst. Du kannst ja, du kannst ja sagen, dass du da vielleicht, was weiß ich da, ein, zwei Monate die Liste löscht. Naja. Hallo. Müssen erst mal 600 verschiedene Leute fahren. Wir fahren da immer dieselben drauf. Ich glaub nicht, dass das ein Riesenproblem ist. Ne, ich find das halt einfach bloß assi, dass wenn du... Verbesserst dich ein Zehntel und bist dann gleich 100 Plätze weiter vorne. Und irgendwann kommst du halt gar nicht mehr, weil... Ja. Weißt du? Ich versteh das schon, aber... Ich will auch nicht mal die ganzen Locals jetzt verlieren. Ich hab teilweise ja auch gar nicht so schlechte. Ja, du musst erst mal einen Server finden, wo du 600 Zeiten hast. Ich weiß ja nicht, wie das nachmittags hier auf dem Server aussieht. Die Feier immer nur abends, Stimmchen oder so. Ich mein jetzt von 600 Locals, ne, also... Ich mein jetzt nicht, dass 600 Leute drauf gefahren sind. Oh. Ich mein ja von den Locals. Ja, 600 Locals, aber dafür müssen ja 600 verschiedene Leute fahren. Ja, richtig. Ja. Das musst du aber erst mal hinkriegen. Ja, aber ich weiß... Hier ist ja teilweise gar nichts los oder fährt bloß Ena oder Zwehe. Ja, abends. Ne, auch Tag über. Weiß ich nicht. Du kannst den ganzen Tag, den ganzen Tag über kannst du ja alleine fahren. Wie du lustig und fröhlich bist. Dann kommt mal Ena oder mal Zwehe. Ist dann aber schon viel. Ja, weil es aber auch so viele Server gibt, ne? Naja, klar. Ja, also das will ich nicht machen. Da muss man sich halt ein bisschen anstrengen. Kein Local bis auf die Top Ten, aber sonst ist das ja eigentlich nicht so schwer weggehen, die Locals hochzukommen. Ja, ist ja richtig, aber ich finde halt diese, weißt du... Dass du halt... Ne, du hast halt, äh, äh, fünfhundertstel Abstand vor einem anderen, bist aber 80 Plätze weiter hinten, so weißt du? Und wenn ich das bei, 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 bei Spielen... Ja, bei Spielen wäre ja das denn dasselbe, äh, äh, dieselbe Thematik. Und die, die gab's ja auch schon, sag ich mal, jetzt bei Shakespeare zum Beispiel, äh, häufiger. Dass, dass die Server resettet werden, da würde kein Mensch mehr anfangen. Ich spiel doch nicht ein Char auf Level 300, damit ich weiß, dass er in einem halben Jahr wieder gelöscht wird. Vor allen Dingen, wenn ich Geld reinsteck. Wird kein Mensch mehr spielen. Gut, das ist hier, ist natürlich jetzt nicht so extrem, klar. Ich kann jederzeit die Zeit wieder fahren. So, habt ihr jetzt die Strecke gejukt? Ich hatte eine gejukt, ne, ich hatte eine gejukt. Ach ja, die Lolrider, genau. Ne, dann jukt Maxi jetzt eh noch. Also hier hab ich mich nicht verbessern. Glaub ich. Die war auch bad. Die kriegten ein I von mir. Ähm, ein I? Äh, das fand ich gar nicht so schlecht. Jedoch, ich fand die nicht so toll. Okay. Die hab ich als gejukt? Ja. Lolrider hast du gejukt. Okay. Ach, nicht die Scheiße. Ach, Stefan. Oh, das ist nicht wahr. Oh, das ist nicht wahr. Dann hab ich eine 27, 46 hab ich hier. 24, 29. Ach, diese Rotze ist das. Ja. Ach, du Kacke. 23, 68. Und das Entern bringt hier gar nichts, weil der Checkpoint falsch rumsteht, glaub ich. Richtig. Nee. Doch. Echt? Scheiße. Scheiße. Ja. Ist voll die Rotze. Ach, ich hab die Autos aus. Ah, jetzt. Ich hab gar nicht gesehen, dass hier noch irgendeiner fährt. Dann bin ich schon wunderbar, warum ich hier alleine fahre. Auf der anderen Strecke. Oh Gott, ey, den Checkpoint da ordentlich kriegen, ne? Aber Stefan, wie kommst du denn, dass ich hier vier Sekunden schneller bin wie du? Ich weiß nicht, du schittest vielleicht. Hm. Welche Zeit hast du? 23, 68. Das ist natürlich schon nice. Ich hab 24, 29. Das ist auch nicht schlecht. Ah, Gott, ey. Die ist so krütze, die Strecke. Hm. Ist ja kein Wunder. Ja, das war ne ZD-Phase. Immer noch besser, wie Stefan. Schon. So gejukt hab ich, ne? Ich glaube nicht mehr. Sehr schön. Aber ich hab mir überlegt, dass wir dann nochmal die lustigen Strecken wieder machen. Wie, wie, wie Hardol 4 und so? Mhm. Die magst du, ne? Die jetzt so auch ne 45 hat. Ja, freu ich mich. Bin ich stolz. Ich hab das ehrlich gesagt gestern nicht mehr gepeilt. Ich guck aufs Handy. Ja, was nervt der jetzt schon wieder? Hab das Bild zwar einmal kurz angeguckt. Hab gesehen, dass du bis Platz 3 und hab nicht mal gesehen auf welcher Strecke oder was für ne Zeit. Ich hab extra noch runterschrieben. Haha. Hier, Hardol 4. Haha. Wovon den? Gleiche Zeit. Haha. Ich war da so leicht benebelt. Benippelt. Benippelt warst du. Ich glaub, wach wär ich gewesen, wenn du ne 539 gefahren wärst. Ja, das könnte sein. Dann hätte ich hier aber Amok gelaufen. Da hätte ich Budeaus noch an erinnern. Da hätte er erstmal... Dann wär nischt mit Malern und Tapezieren. Er hätte erstmal Wände hochziehen müssen. Das kann sein. Alter. 22. Bei, bei, bei Paint Your Drive hast du es übrigens wieder gebracht. Hast du es gebracht? Kannst du natürlich haben. Fand ich ja richtig lustig. Warum magst du das denn so stehen? Weiß ich nicht. Werde nicht. Finde das lustig. Nein. Och Mann. Das war jetzt natürlich auch im Zusammenhang, ne? Ich hab mich sogar noch verbessert. Dreihundertstel verbessert. Gibt's ja gar nicht. Wow. Gibt's doch gar nicht. Doch. Der Olle. Doch, das hab ich relativ gut hinbekommen. Hüpp. Ich bin langsamer. Was? Ja, das hab ich relativ scheiternig gekriegt. So, meine Alu ist durch für heute. Oh, noch 5 Bilder. Nee, Spaß. Spaß. So, dann kann ich jetzt Stadtwache anfangen. Weil ich hab ja meinen Spiegel jetzt komplett. Dann kann ich ja zwischendurch noch... Ah, geil. Richtig lustig. Richtig gut. Ich hab endlich meinen Spiegel komplett... Ja. Die letzte Szena aufgerichtet, weil ich gespoilert hab, ne? Wie gespoilert? Na, im... Im... Äh, äh... Im Gilden-Chat. Was gespoilert? Na, hab ich so gemeint, so, na, ist das normal, dass man hier so ewig auf die letzte Spiegelscherbe warten muss? Ja. Hä, was denn für eine Spiegelscherbe? Na, hab ich dem das erklärt? Oh, dankeschön. Jetzt hast du mir den ganzen Spielspaß genommen. Ich bin schärfst du, oder? Ich war voll fragt, was das ist. Oh, nicht schön. Na, im Endeffekt hat er so, hm, naja, nee, war ein Spaß und dann alles gut und so, ne? Na, hab ich nochmal jetzt drauf gesetzt, hab ich gesagt, mit 66 kommt die Hexe. Ja, fand ich lustig. Aber wird ja auch nicht angesagt, ne, dass die Hexe da ist? Nee. Die musst du finden, sonst hast du ein Problem. Das ist ja der Witz an der Sache. Ob du die jetzt findest, oder hat Schienefeld in den Reichstag kommen? Na gut, auf dem bringt es nichts, nee. Naja, irgendwann gibt's da auch die Rollen. Ich hoffe bloß, dass die Guten zuerst kommen. Hier zum Beispiel ein Pilz mehr und so. Hey, scheiß auf ein Pilz mehr, ein Bier mehr meinst du wohl, ja? Naja, sag ich doch. Naja, dass du ein Pilz mehr tauschen kannst, da. Das ist wichtig. Dass du die Abenteuerlust noch kriegst. Boah, ist nicht wahr, ey, ne? 400.000 EP, ne? Alter, hab ich ne schlechte Zeit. Musstest du dich jetzt nochmal verbessern, Basti? Ähm, ich hab's versucht. Achso, ja, musste ich. Tut mir echt, Leute. Nein, Leute, ich nehm' nicht auf! Warum? Nein! War ein Scherz. Machst du ein Arschloch, ey? Ich weiß. Du bist ein kleines Ekel-Paket. Guck mal, einer zu viel ist wieder da. Einer zu viel? Und von der Zeit her würde ich sagen, Bex müsste auch bald kommen, ne? Das kann gut sein. Und schon wieder... Und da hättest du wieder sagen müssen, das kannst du natürlich haben. Weiß ich nicht, ich find das total lustig. Ja, das kannst du natürlich haben. Ähm, so, weil, 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 weißt du so? Hm. Bex müsste gleich kommen, das kannst du haben, so. Weiß ich nicht, passt, uscht gar nicht, aber ich find das total lustig. Oh nein! Nein! Boah, die ist... Alter, nein! Scheiß Steilwand. Ich hasse Steilwand. Nein! Ach, hier ist Steilwände. Was habt ihr denn hier für eine PB? Warte, ich bin grad Steilwand. 16,98. Äh, äh, 13,87. Ne, weiß ich nicht, muss ich gucken. Aua. Wo muss ich denn da hin? Ich hab ne 19,00. Boah! Ich weiß gar nicht, wo ich da hin muss. Ähm, meistens der Strecke folgen. Ja, da ist nur keine Strecke mehr. Okay. Na, so weit war ich grad noch nicht. 21,52 habe ich hier. Okay. Ähm. Ah, hier ist hier... Äh, ja, scheiße Grassslide muss ich hier wieder machen. Nein! Oh, 21,29. Naja. Wenigstens erstmal ne Zeit. Besser als meine PB. Ne 17,8. Alter, darf ich es mir holen? Ups. So, ich erkunde einmal das Stadion. Pam. Immer voll raus hier verfallen. Oh, fahr doch, du Scheißkasten. Scheiße, das war Dreck. Scheißkasten? Ja, das war scheiße von mir. Wo geht's denn hier weiter? Du musst dann die Pfeile raus und dann musst du da... Ah, scheiße! ...runterspringen und dann so schräg links hoch. Ach, nach links, ach du mein. Und dann ne 180 Grad Kurve, da hast du dann die Ziele quasi. Oh Gott, man kann ja auch erstmal rüberfliegen über die Steilwand. Oh, ne 19,12. Ey, ich hab hier ne 19 als PB. Achso, muss ich ja dann wieder juken, ne? Ja. Mach ich gleich. Ich mach damit mal wieder ne Lust hier, ne? Ja, mach ich. Ja, mach ich. Mal keine Wurststrecke. Wurststrecke? Naja, schlecht halt hier Wurst-Records. Ich sag immer Wurst. So. Find ich lustig. Ach man, ich flieg jetzt immer über die Steilwand. So, Jump-Training 4. Ach nee. Hard-Law 4. Halte daran davon. Nein. Da würdest du die ID nicht verbessern. Nee, aber die ist lustig. Stimmt. Na, juk einfach, was du möchtest. Stefan, möchtest du die Jump-Training 2? Das war das mit der Insel im Wasser. Die ist gut. Nee. Doch, da kannst du dich auch noch verbessern. Maxi. Mann, da hab ich mich vorhin gerade totgelacht. Ja, weil Tom geröbst hat. Haha, so. Das war aber die Folge von gestern, ne? Ja. Das war so geil. Voll episch, die Folge. Oh, da bin ich gut rausgekommen. Uiuiuiuiui. Alter, ne Frerz in 91. Sag mal, hat der gesoffen, oder was? Nein, ich bin... Wer hat der das denn bekommen? Fuck, ey. Ja, ja. Ich bin so weit nach hinten rausgerutscht. Ja, ja, ich auch gerade. Hier, Blank, Alter, 1404, ne? Erste Local. Oh, hab ich zu früh eingelenkt. Genau, man kann ja auch verkacken. Entschuldigt. Mal kacken? Waren es nicht die Affen? Mhm. Musst mal kacken? Mhm. Oh, hier. Alter, jetzt hab ich... Alter, die... Oh, das wird ne beste Zeit, Alter, Stefan. Ne 2354. Ach, wäre schön, wenn ich erst mal ne Zeit kriegen würde. Hä? Ach so, wegen der Stellwand, wa? Mhm. Mhm. Das ist natürlich kackler. Aber, kommt denn da oben noch ein Checkpoint? Ja. Du hättest ja gesagt, kannst ja einfach nach dem Checkpoint runterhauen. Naja, nee, 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 oben ist ja noch eine. Dann gucken wir, dass du erst mal ins Ziel kommst. Naja, Stellwand muss man ein bisschen üben, sag ich mal. Das muss auf jeden Fall eine Ich-Perspektive machen. Ja. Du musst ja Ego fahren, sonst geht's nicht. Jette! Jette! Ja, hau doch rein! Wo will er denn hin? Wo will er denn hin? Oh, wenn er da rumgezogen wäre, ey. Bestimmt ne 16er gekriegt. Da bin ich ja richtig gut rumgekommen. Also, aus der Stellwand raus schon. Ich schaff es hier nicht mehr, ne 16 fahren. 16. Was, 16? Ich fahr hier nur 16er, aber ich will ne 15er haben. Ja, ne, ich krieg hinten Gras nicht ordentlich. Ich auch nicht. Ja, siehst du. Oh, letzte Chance. Oder wenn ich dann halt, äh, das Ziel erwische, dann hab ich die Ausfahrt halt nicht ordentlich gekriegt. Und vergeigt. Oh, einmal geht noch. Oh, einmal geht noch. Oh, einmal geht noch. Oh, einmal geht noch. Ja. Jetzt den Grasslite gutkriege, dann könnte das was werden. Könnte ich noch ne Zeit kriegen. Oh, scheiße. Wo, wo, wo will er denn da immer hin? Ey, der haut da immer so usch weit raus, ey. Ja. Aber da waren zwei da. Glückwunsch. Ja. Der ist etwas, ne? Grazie. Grazie. Ja, grazie war der auch. So, Jump Training 2 kommt jetzt. Ja. Das Team mit der Insel. Jump Training 2 fliegt gut. It's good for you. Döööö. Ja. Alter, schon wieder 221 an die Felsen. Ich glaub ich nehm das, lass das heute mit aufnehmen. Oh, ich bin wieder im falschen Fenster Bei Trackmania Enter drücke und bin noch bei Shakes and Fidget Da macht er mir jedes Mal den Barkeep auf So, Basti, ich wünsche viel Glück Auf dass du nochmal so eine Zeit hinkriegst Na, ich will mich verbessern Ja, du hast doch einen guten Local, oder nicht? 705 Siehst du, in welcher Platz? Ähm, 27 Ich möchte aber wenigstens mal eine 96 Dann hätte ich Becks Ich habe eine 846 Ja, dann siehst du viel Potenzial, um sich zu verbessern Das ist natürlich immer der Vorteil, aber, ne? Oh, 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 oh Ah, eine 716 Oh, Fun-Loller ist ja wieder da Der war gestern auch schon die ganze Zeit da Der Fun-Roller Ich habe da gleich wieder dir den ersten Platz Ja, und Maxi nimmt die Hard-Loll-4 Ne, ist klar, wisst, aber ich darf nicht Ach, hab ich, äh, ja, ist gut Hab ich jetzt nicht drauf geachtet Ja, hab ich nicht drauf geachtet Das ist schon klar, Maxi, ist schon klar Oh, ach, das war Stefan, scheiße Hm, eh, ein Hundertzel Ach man, ey, ich komme da nicht gerade weg Wie gerade weg? Du musst ja nicht gerade springen, ist ja egal Hauptsache, du triffst Richtung Ziel Ah, meistens schaffe ich das auch nicht Jetzt habe ich erst mal Zeit Na, siehste, säg mich Das ist bloß nur 909 Na, siehste Ja, ich spring wieder hinter das Ziel Ne, aber fast Also, Bex hat auch gesagt Du kannst 791 Bitteschön Ich höre, ich höre Ähm, du hast ja eh mal das Die Haupt-Trailing vom Ziel Ja Wo das Finish dran steht Und eh mal diesen Querbogen, wo Ja, da habe ich Dass du dazwischen durchspringen kannst Da kann man mit Sicherheit Gehen Mit Sicherheit, aber ich habe ihn nur hingekriegt Ne, gut nicht Wenn du da perfekt durchkommst, dann hast du Habe ich schon Oh, nee Da hat der Schwung gefehlt Jetzt aber Zumindest in die Richtung Ja, ja, ja Boah, eine 709 Zumindest Stefan schon mal wieder rollen Ah, guck, da bin ich dagegen geflogen Jetzt Scheiße Nein, eine 273 Ach, meine Güte Das mache ich Ah, Maxi, es würde ja heißen, dass du dich jetzt verbessert hast Ja Ja Bitteschön Schatzi Dankeschön Weil, weil gerade nur gesperrt hast Alter, 67, was ist jetzt los? Falle ich nur noch kurzer Noch wie immer, ne? Mensch, ich habe mir immer noch nicht Smackdown angeguckt Ich auch nicht Ich muss mir auch noch Raw und Smackdown angucken Raw habe ich schon gesehen Ne, das habe ich noch nicht War, war Glaube ich nicht so nahlich spannend Oh, oh Der Anfang war nicht schlecht Oh, Mann, da bleibe ich da hängen Ich glaube, ich muss auch Dingsen höher, äh, etwas höher kriegen Die, die, die Rampe Du musst die ganz oben nehmen Ja Genau oben an der Ecke Ich war sie immer relativ weit unten Der musste aber den Winkel halt gut kriegen Aber das ist halt schwer Dass du nach dem Offditchen direkt ins Ziel springst Dass du da überhaupt nicht mehr noch korrigieren musst oder so Natürlich ist schwer, soll ja nicht einfach sein Ah, da war es jetzt schon wieder zu weit, weißt du? Oh, oh, warte Noch weiter Richtung Ziel Musste da Ah, das war scheiße Jetzt ist so hier Ah, Mist Mann, ey, ich will meinen verbessern Viel haben wir jetzt Machen wir jetzt noch gleich eine Folge oder nicht? Oder machen wir jetzt noch länger? Weil wir sind jetzt nur 20 Minuten Achso, nee, na, dann würde ich sagen Nach der jetzt aufhören Und wenn du sagst, du willst mal eine Dann machen wir noch eine Ja gut, dann Und dann müssen wir halt gucken Je nachdem, wie Maxi mag Alles klar Dann machen wir danach noch eine Okay Na, 37 habe ich jetzt schon Deswegen hast du das nochmal gemacht, oder? Ja Einer zu viel kriegt sich nicht mehr Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin, ciao, ciao Bis dahin, ciao Bis dahin, ciao Bis dahin, ciao Bis dahin, ciao